was ich selber kann immer obwohl so lange schwerer ist wobei ich noch die aufgabe noch gestern gemacht habe das ist wenn der Kronos funktioniert das ist wenn der Kronos funktioniert Kronos, so ein Cheat-Ding für Hörer-Controller das ist quasi so ein Ding der dich beim Zielen der Kronos hilft Alter da schmeiß ich ihn auch wieder zurück oh Gott, tschuldigung das kann ich nicht der Ernst sein jetzt bin ich über den Trapez gesprungen ich war dran, er ist einfach abgang Alter, ich falle so viel Prozent damit ich mach gar nichts was also es war so gut hier wird mein Handy weiter es war so kritisch, dass ich meine Porping abziehen musste weil von der Steckdose die Milch die am Handy laden kann und meine Porping war leer ich wusste jetzt bis hin und her tausende mal ja, okay nicht gestern vorgeschaut habe ich ein Angebot für WatchCard ne Alter 100 Euro heute machen was scheiße, ne 50 Euro gehen nicht da drunter ja wegen Nachwuchs das ist unsere Wäste wir sagten, sie müsst ihr euch mal nach soo der das Ding abholt ich sag, Alter 130 mal fett, wäre mir noch egal dann aber 100? kann ich gleich verschenke oder die Fechbar, die ich drin gesetzt habe 90 Euro weil die kostet gebraucht 90 Euro schon und ich hab die nur Amor am PC grad was drauf gemacht und im Rona geschmissen weil das dann Fernseh nicht kriegen da schreibt mich jemand an ich würde dir fit ja was das findet wohl die 11 ich bin ich verkauf bei die 2 die die eigentlich haben ja und hat sich dann für 30 Euro anscheinender Akku kauf und ich hab extra gewahrt wenn ich alles verkauf kriegen wird was ich da verkaufen will auf locker habe ich locker 3,400 Euro die Watch 450 oder 140 von mir aus noch je nachdem sogar 130 was war noch Fechtblatt 90 das andere Handy 90 ja doch man steht doch auf boah das bin ich schon wieder nicht durchgekommen ich auch nicht was eine Jenny mcfc 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 1992 Jenny heißt die ne das ist nur eine Jenny sie schreibt da auch nix stimmt ja die euch ist dabei unser Trainer wollt boah war das ist sogar letzte Woche muss man mitspielen wollen ja letztes Jahr schon sieben die Mittel mit den Genie geistern m schwarz ich kann sogar sagen seit wann ich sie kenne und zwar das geht sogar noch länger als Karina wo sind das 26 der 2 krass 26 der Februar habe ich ihnen Anfrage vorgeschickt muss aber erst mal ein Chat aufmachen ich hätte jetzt gedacht so im März April ist das ein schwarz der 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 Ich spring da an, da komm ich wenigstens drauf. Ich sehe halt nichts. Hi Jenny, komm schon mit. Hi Jenny, komm schon mit. Die Kerze. Das ist auch so eine Leuchte. Nicht die hellste Leuchte auf der Kerze. Nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber drin. Geht doch ganz links durch. Also sie wird es beweisen. Das ist auch so krass. Das hat sie nicht von mir gelernt. Ich habe ihnen noch sichere schnelle Wege beigebracht. Das ist okay, ich merke mir das. Mach dir täglich alle einen. So, A10-Spitze-Finale bitte. Nö. Ich vermisse das richtig, ey. Selten? Gar nicht. Seit der Season kann das gar nicht. Wir fliegen auch so selten hier. Hier sieht ein Spiel aus. Das ist wirklich erschrocken. Nein, danke schön. Ah, verstanden das. Die Schalter sind hier gespeitert. Ja, nicht du. Wir kommen raus. Ja, was, äh. Ja, was, äh. Ja. Rest, 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 rest. Fall. Ja. 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 Ich bin bei jedem Teil Profi, aber. Ah, kein riesiger! Ah, kein Profi, aber. So, den eigentlich habe ich sauber. Ja, dass das nächste Tor scheiße ist für das nächste Tor. 4 gegen 4. Zeh ich bitte. Jenny, du kannst das. Ich schicke dir eine Anfrage, wenn man gewinnt. Irgendeine Jenny, keine Ahnung. Du schickst dir einen, Annie. Erst mal rüber. Also auf jeden Fall als Konsol. Steffen kann das. Oder soll ich wieder meinen Greifer-Modus aktivieren? Nummer 5. Nummer 5. In einer Runde habe ich da 5 Leute gegriffen. Nein! Ich ist Idiot. Doch. Hier. Oh, Alter. noch einer das ist die zweite abgabe der patrick